Energie. Sechs Tage Ostergebet. Wir starten heute Abend um 18 Uhr. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier spricht die Sonja. Liebe Doris, vor zwei Minuten habe ich an dich gedacht. Gib mir bitte dein Geburtstag, du liebe Doris. Ja, liebe Doris, werden wir doch wieder mal schwimmen können. Das wäre doch wunderbar, ne? Ja, ja, ich glaube, ich höre wieder auf zu joggen. Ich bin gestern gegen ein Schild gerannt und habe mir halbe Gehirnerschütterung geholt. Das war nicht so günstig. Also Joggen ist nicht unbedingt meins. Tschüss, tschüss Doris, tschüss, tschüss. Ja, liebe Zuschauer, es ist das, ne? So, sechs Tage Ostergebet, Friede, Schutz, Liebe, Hoffnung, Seelenheil und Fölle.